Paul Berger Limo, eiskalt und frisch, hör, wie nice ist es, ja, die Paul Berger Limo, von einem YouTube-Star in ein Kühlregal, ja, ne Paul Berger Limo. Oh mein Gott, Leute, wir werden heute unseren eigenen Wasserpark bauen und super reich werden, let's go! Heyo, Leute, CryMix hier, was geht ab, wir sind Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Minecraft, Leute, und heute werden wir unseren eigenen Wasserpark bauen, aber wir sind nicht alleine, denn wir haben einen Gegner, und zwar Alpha Stein, was geht ab? Warum heult der denn da schon wieder? Guck mich an, Mönch! Achso, du hast ja... Mach es auf, nicht! Bro, warum hast du denn ein Bikini an, Alter? Das waren die letzten Badesachen, die ich da habe, guck mal! Alex, bitte, lass schnell die Rutsche bauen, ich will nicht hier vor dir stehen. Oh mein Gott, Leute, lass dein Like und dein Abo da. Alpha Stein, wir machen jetzt nämlich eine Challenge, und zwar, wer zuerst den Tycoon fertig gebaut hat und mehr Geld hat, gewinnt die Challenge, und Alpha Stein, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall einen Wetteinsatz von 1.000 Euro, wer zuerst seinen Wasserpark fertig gebaut hat. Davon habe ich gar nichts zu verdachten bekommen, was redest du? Ja, egal, mach einfach, 1.000 Euro, wer zuerst fertig ist, Junge. Hör, warte mal, ich habe ja auch ein Bikini an sich, auch gerade. Okay, dann lass jetzt schnell starten, ich nehme die Farbe blau. Ich nehme rot! Okay, 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, es geht los, es geht los. Was müssen wir denn hier als erstes machen? Hier können wir unseren Wasserpark ausbauen. Wir haben 50 Dollar Startgehalt. Oha, oha! Oha, guck mal! Ey, die haben unsere ersten Besucher. Ich hau deine Besucher weg, ich hau die weg einfach. Hey, lass den Ruhmisch! Lass uns das auf den Ding! Ey, lass meine Besucher in Ruhe, ey! Geh bei mir einkaufen, Leute, geh bei mir einkaufen, bitte! Ey, hör jetzt, übertreib nicht! Ich klaus Keks! Oha, ey, lass mein Geld in Ruhe! Ey, warte, ich geh auch dein Geld klauen, ich geh auch dein Geld klauen. Oha, Alter, wir haben jetzt hier unsere Wasserpark. Weißt du was, ich mute mich jetzt mal, damit du meine Geheimtaktik nicht hörst. Oha, Leute, okay, wir haben jetzt hier 100 Dollar. Ich kann jetzt hier schon direkt das nächste kaufen, die nächste Attraktion. Oha, ey, bei Alphastein kommen schon die nächsten Villager. Warte mal, kann ich die umdrehen? Kann ich die irgendwie umdrehen, dass die zu mir kommen? Äh, äh... Ey, ey, lass meine Villager in Ruhe! Ich meine Ruhe, guck mal, wie krass ich schon bin, ich upgrade schon weiter. Ja, ich hab auch schon weiter geupgradet. Oha, wir müssen jetzt hier mal weitermachen, Leute. So, okay, 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 was können wir denn hier machen? Ey, wir können selbst 5 Gold verdienen, wenn wir hier unsere eigene Attraktion fahren. Wow, oh mein Gott, oha! Ey, wir haben jetzt einfach so eine Wasserfontänen-Attraktion. Wie krass ist das denn? Und wenn wir die selbst fahren, kriegen wir selbst 5 Gold, Leute. Hier sind unsere Villager, unsere Besucher, die hier quasi mal reingehen und uns Geld da lassen. Oh, bei Alphastein kommen jetzt schon die nächsten, das ist gar nicht gut. Was ist hier das nächste, was wir kaufen können? Und zwar Kiddy Pool für 100 Münzen. Für 100 Münzen können wir uns hier so einen Pool kaufen. So, okay, ich hoffe jetzt, Alphastein macht jetzt hier keine Faxen bei uns, Leute. Mann, guck mal, wie schnell ich bin, Kumpel! Alter, hä, warum hast du... Stopp, diese Tränke! Woher hast du denn die Geschwindigkeitstränke? Das ist ja voll krass. Oha, aber guck mal, ich hole mir jetzt hier direkt das nächste Upgrade, drittes Upgrade. Nein, du beim zweiten Upgrade sind da hinten neue Stände gekommen, da hinten. Oha! Wir müssen essen und alles. Warte mal. Oha, da gibt es bestimmt voll die krassen Upgrades, da müssen wir mal schnell hin, Leute. Bestimmt hat Alphastein hier seinen Geschwindigkeitstrank her. Was gibt es denn hier alles? Zack! Oha! Zack! Oh, Speed-Soda! Wuh, damit können wir schneller laufen! Okay, das ist krass. Toffi, Apple. Also wir haben jetzt hier Sachen, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut, Leute. Also wir haben jetzt hier Essen, Upgrades und, 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 Leute. Okay, hier kommen direkt schon die nächsten Besucher. Wie sieht es bei uns mit Geld aus? Wir haben 60 Dollar, ein bisschen mehr als Alphastein gerade. Was kostet hier das nächste Upgrade? 100 auch. Hot Tubs. Oh, Whirlpools können wir uns kaufen. Für 100 Dollar. Und umso mehr Attraktionen wir haben, desto mehr Besucher kommen hier natürlich. Und was können wir hier noch kaufen? Path Upgrade. Oh, Path Upgrade, das kostet aber 350. Path Upgrade 1, 150. Ist die Frage, was wir als erstes machen sollen. Ich glaube, ich muss jetzt hier erstmal selbst meine Attraktionen ein bisschen benutzen. Weil wenn ich die selbst fahre, verdiene ich hier dabei 5 Dollar, Leute. Oder 5 Gold. So schön ein bisschen. Was, Alphastein hat 80? Warum hat Alphastein 80? Alphastein hat mehr als ich. Warum hat er mehr Geld als ich, Leute? Wir müssen hier was dazu verdienen. Zack, okay. Hier, schön was dazu verdienen. Was kriegen wir hier, Leute? Auch 5 Gold. Right Click to right. Ey! Ey! Leute, guck mal, wir sind hier im Kind. Ey! Run away from the kids. Ey, Leute, wir sind hier im Pipi-Becken. Ah, ah, ey, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Kinder. Oha, okay. In so ein Babybecken darf man auf jeden Fall nie rein. Da ist immer ganz viel Pipi drin. Bees are entiring the park. Oh, was? Ey, ich hab hier Bienen. Ich hab Bienen in meinem Park. Oh, oh, das ist gar nicht gut. Nein, nein, nein. Ey, ey, lass meine Besucher in Ruhe. Die Bienen, die zerstören meine Besucherzahlen. Dadurch kommen weniger Besucher in unseren Park. Wir wollen heute natürlich super ultra reich werden. Und, oh, okay, sehr gut, erledigt. Gut, 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 Leute. Es läuft, es läuft bei uns. Okay, jetzt holen wir uns mal als nächstes. Ich glaube, ich hole uns mal als nächstes einen Hot Tub für 100. Oder wir warten noch kurz, bis wir hier das Upgrade haben. Weil ich glaube, Path Upgrade, ich glaube, das bringt voll was, Leute. Da kommen nämlich die Besucher schneller zu uns rein. Guck mal, ich hab den auf unsere Seite rübergeholt. Wir können Besucher auf unsere Seite rüberziehen. Oha. Okay, und Alphastein kriegt das nicht mit. Das ist sehr gut. So, wie sieht es bei uns vom Geld her aus? Nein, 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 nein. Bienen, 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 Bienen. Weg mit ihr, weg mit ihr. Wow, 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 wow. Ey, Leute, diese Bienen. Angry Bees, Angry Bee, weg. Bam, ihr verjagt meine Besucher, Junge. Wir verjagen hier meine Besucher. Warum habe ich denn gerade nur so wenig Geld bekommen? Ja, bestimmt wegen den Bienen. Bestimmt wegen den Bienen, Leute. Die machen alles kaputt hier. Ich brauche mal ein Schwert und ein Schild oder sowas. Okay, erledigt, erledigt. Jetzt können hier mal wieder Besucher kommen. Wir essen was. Stimmt, wir müssen uns auch regelmäßig mal Essen holen. Okay, wie sieht es jetzt gerade mit Geld aus? Komm, jetzt mal bitte, bitte, bitte jetzt. Keine Bienen jetzt hier mehr. Mit dem nächsten Geld können wir uns nämlich jetzt hier ein Path-Upgrade kaufen. Weil ich glaube, dann kommen die Besucher schneller und wir verdienen schneller Geld. Oha, wichtig, 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 wichtig. Okay, Path-Upgrade. Path-Upgrade gekauft. Die sollten jetzt... Oha, Leute, guck mal, die laufen jetzt hier viel schneller. Ey, das lohnt sich. Das lohnt sich. Wir gehen uns jetzt hier auch nochmal ein paar Upgrades holen. Oh mein Gott, Alphastein hat schon 230 Dollar. Warum hat der so viel Geld? Warum hat Alphastein so viel Geld, Leute? Nein, ich will doch nicht hier verlieren. Ich will doch nicht hier gegen den verlieren, Leute. Das ist gar nicht gut. So, wir nehmen hier direkt ein bisschen mehr mit, Freunde. Zack, hier nochmal eine Speed Potion reinhauen. So, wir essen auf jeden Fall hier nur unsere Apples. Und wir essen hier nur unsere Karamelläpfel. Okay, wir müssen jetzt irgendwie schnell zu Geld kommen. Ich glaube, ich muss hier einfach meine eigenen Attraktionen ein bisschen benutzen. Wenn wir unsere eigenen Attraktionen fahren, dann kriegen wir ja jedes Mal 5 Gold dafür. Ist jetzt vielleicht erstmal nicht super viel, aber auf Dauer lohnt sich das. Oh, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Boah, jetzt haben wir schon 130 Dollar. Hallo, Max, guck mal, ich habe ein Schwert gekauft. Ey, Alter, aua. Oh, ey, hör auf, mich zu killen, Junge. Ich will deine Kunden hier fassen. Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Gut, ich habe jetzt auch ein Schwert für mich. Hö, was machst du? Was hast du für ein Monster? Was war das für ein Monster hier, Junge? Es war ein Wüter. Ey, komm nicht mehr in meinen Wasserpark rüber, sonst verkloppe ich dich hier. Ich will Schutzgeld, los, gib mir Geld, ihr Cry-Mate. Alter, du kriegst kein Geld von mir. Ziehleine, Junge. Du hast voll den Noob-Park, Junge. Wurde nicht. So, okay, wir machen jetzt mal weiter. Ich werde mir jetzt nämlich hier als nächstes, haben wir direkt die Nähe... Oh, oh, was habe ich mit deinem Villager gemacht? Lass es, Max, das mache ich auch mit deinem Villager. Ey, du hast doch schon. Lass es, Max. Oh mein Gott, hey, warum hast du so viel Geld schon? Böses läuft nicht. Oha, Alfersteiner hat 240 Dollar, wir brauchen als nächstes. Wir drehen den Kunden um, dass er zu uns kommt. Guck mal, ich habe dir einen Kunden... Was soll das denn? Ich habe dir einen Kunden geklaut. Was soll das? Steine besiegen. Ey, lass jetzt meine Kunden in Ruhe. Hallo. Mich kriegst du hin, ich bin zu schnell für dich. So. Oh nein, er hat wieder einen Kunden wütend gemacht. Okay, okay, komm, wir müssen jetzt mal weitermachen. Wir müssen jetzt hier mal weitermachen. Ich brauche ja auch wieder die Geschwindigkeitsdränke und wir brauchen hier unbedingt unsere... Oh nein, jetzt sind hier auch noch Bienen. Jetzt habe ich ja auch noch die Bienen im Park, Leute. Oh, das ist gar nicht gut für meine Besucherzahlen. Oh, ey, Leute, aktuell werden wir hier nur sabotiert von Bienen, von Alphastein. So, wir brauchen hier richtig viel davon und ich brauche hier... Fried Chicken brauche ich nicht und wir brauchen ein paar Sodas, Leute. So, okay, okay, komm, let's go, let's go, let's go. Zack, hier ein paar Äpfel rein. So, schnell auffielen. Junge, lass jetzt meine Kunden in die Ehe in Ruhe. Ich drehe hier durch, ey. Angry Bees. Leute, wir haben hier wütende Bienen bei uns im Park. Okay, wir gehen jetzt mal schnell wieder nach vorne. Ich könnte mir vorstellen, dass Alphastein hier wieder unsere Kunden irgendwie sabotiert oder so. Aber das Gute ist, Alphastein checkt das nicht, dass er seinen Weg nicht ausbaut, weil dadurch kommen die Kunden schneller. Das checkt er nicht. Wir werden jetzt hier schon unseren nächsten Pfad wieder ausbauen. Wir haben jetzt hier nämlich schon den Diamantpfad, Leute. Das Gute ist, er checkt einfach nicht, dass dadurch die Kunden schneller durchlaufen, ja. So, sehr gut. Ich glaube, das wird uns einen guten Vorteil bringen. Als nächstes sparen wir auf 200 für den Bumblebee. Flight of Bumblebee. Keine Ahnung, was das ist. Wir brauchen als nächstes 200 Dollar. Das heißt, wir müssen ein bisschen Geld sparen. Oh, guck mal, hier ist wieder eine Biene. So, in der Zwischenzeit klauen wir dem wieder ein paar Kunden, Leute. Zack, zack, zack. Ja, guck mal, die kommen jetzt zu mir rüber. Zack, easy. Wir werden jetzt einfach hier vorne warten und dem voll die Kunden klauen. Wir pranken den einfach komplett weg. Guck mal, guck mal, wie das läuft bei uns. Guck mal, wie das jetzt hier schon läuft bei uns. Okay, keine Ahnung, was Alphastein da gerade ausbaut. Aber wir müssen den Kunden klauen. Die nächsten Kunden, die spawnen, klauen wir dem direkt wieder. Oh, Leute, guck mal, hier sind direkt die nächsten gespawnt. Wir gehen wieder rein. Zack, 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 zack. Und Kunden geklaut. Was ist das? Schon wieder? Lass die Uhr. Ich hab dir deine Kunden geklaut, Junge. Ja, die Biene klaut dir deine Kunden. Hey. Das sind deine so schnell, die hast du es gemacht. Haha. Du hast die geupgradet, wo? Ja. Hab ihn. Ich hab nämlich richtig krasse Upgrades hier gemacht. Das checkst du nämlich gar nicht, was man hier alles machen kann. Wo hast du die Gold? Haha. Und deswegen mach ich jetzt nämlich viel mehr Geld als du. Das kannst du gar nicht mehr aufholen. Du hast den Papp geupgradet, deswegen. Ja. Oh, das muss ich auch schnell machen. Hey, lass mal in Ruhe. Raus aus meinem Wasserpark. Du hast Wasserparkverbot. Du bei mir auch. Du hast außen jetzt. Wir machen weniger Geld als du. Bist du nicht schon ruhig genug? So. Nein. Ich muss noch mehr Geld verdienen hier. Hopp jetzt. Alle in Ruhe. Ja, okay. Okay. Ist ja gut. Wir lassen uns jetzt in Ruhe. Bleib in deinem Müllpark drüben. So. Guck mal. Jetzt die nächste Attraktion. Zack. Easy, Leute. Easy. Oh mein Gott. Okay. Wir werden uns jetzt erstmal nicht mehr sabotieren. Ey. Ey. Okay, Alphastein. Ich hab gerade gesagt, wir sabotieren uns jetzt nicht mehr. Ich hab nichts gemerkt, Max. Wirklich. Also von mir aus ist jetzt Waffenstillstand, wenn du hier nicht mehr rüberkommst. Pause, Pause. Ja, ich stehe. Okay, sehr gut. Ich glaub, bei uns läuft's gerade sehr gut. 300. Wir brauchen 300 Dollar fürs nächste. Wir müssen auf jeden Fall vor Alphastein fertig sein. Oh, er hat das aber schon. Dafür hat er aber noch nicht den Weg gebaut. Okay, wir müssen uns jetzt hier richtig ranhalten. Wir brauchen 300 Dollar. Ich muss jetzt hier irgendwie gucken. Guck mal. Bestimmt, wenn wir hier die Attraktion machen, kriegen wir hier mehr Geld, Leute. Was kriegen wir dafür? 7 Gold. Okay. Okay, wichtig. 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 Oh, wir haben eine Wasserrutsche. Let's go. 7 Gold kriegen wir jedes Mal dafür. Okay. Warte mal. Ich muss hier... Ich vertraue Alphastein nicht. Ich vertraue dem Jungen nicht. Wir gucken mal, dass der hier vorne keinen Unfug betreibt. Okay. Weil so können wir wirklich viel Geld verdienen. Was haben wir hier noch für... Haben wir noch mehr Attraktion? Ne. Ich glaube wirklich, das ist gerade das Beste. Da kriegen wir 7 Gold jedes Mal, wenn wir die benutzen. 7 Gold für einmal Rutsche runterrutschen. Und... Yippie. Wui. Okay. Weil wir müssen ja als nächstes auf 300 Gold hochgrinden. Von 300 Gold. So. Wir müssen hier noch einmal... Schnell, 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 schnell. Ich brauche hier Speed Potion. Schnell, 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 Leute. Und... Ach nee, ich bin doof. Warte mal. Wir müssen ja auf den Knopf drücken. Oh nein. Jetzt habe ich hier wieder Bienen im Park. Ey, das gibt es doch nicht. Jetzt habe ich hier wieder Bienen im Park. So. Und... Let's go. Okay, perfekt. Wir sind jetzt fast bei 300. Ich muss hier kurz die Bienen einmal weghauen. Bevor die meine Besucher hier schon wieder verärgern. Okay, wir haben 300 Dollar. Schnell, nächste Attraktion. Wir müssen jetzt schnell die nächste Attraktion bauen. Weil rein vom Ding her, von den Attraktionen her, ist Alphastein weiter vorne. Oh, er hat jetzt auch den Diamantpfad. Er hat jetzt auch den Diamantpfad. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich glaube, wir sind jetzt gleich auf. Wir sind jetzt gleich auf Serpents Ding irgendwas. Okay, okay. Wir müssen jetzt... Es kommt jetzt wirklich hier... Wir müssen jetzt schnell Geld machen. Wir müssen jetzt ganz schnell Geld machen. Oh, was ist das hier für eine Attraktion? Wie viel kriegen wir hier? 10 Gold. Wenn wir hier reingehen, kriegen wir 10 Gold. Oha! Das ist ein richtig cooles Aquarium hier. Okay. 10 Gold für einmal hier durchgucken. Aber die Rutsche macht natürlich mehr Spaß, ne? Let's go! Alphastein ist vor uns. Er ist vorne. Er darf nicht vor uns die nächste Attraktion kriegen. Das ist gar nicht gut. Er darf auf gar keinen Fall vor uns die nächste Attraktion kriegen. Hier, die Bienen weggloppen. Das heißt, wir müssen irgendwie an Geld kommen. Macht der da vorne schon irgendwie meine Besucher wieder sabotieren? Ich hab das Gefühl, der sabotiert hier schon wieder unsere Besucher. Ich hab wirklich das Gefühl, der sabotiert uns hier schon wieder. So, zack. Wir gehen nochmal einmal schnell in die nächste Attraktion rein. Oh mein Gott, Leute. Nice. Wir haben Alphastein vom Geld überholt. Ihr seht's hier. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Das heißt, wir flitzen jetzt hier mal wieder schnell nach vorne. Und können uns nämlich jetzt hier das nächste auch mal noch bauen. Oha, für 400 gibt's jetzt hier nämlich Surf's Up oder so, wie das heißt. Hat er das auch schon? Er hat das nicht gecheckt. Er hat das nicht gecheckt. Er hat das noch nicht gebaut. Das ist sehr gut. Wo ist hier die nächste Attraktion? Lass mal gucken. Lass mal gucken. Da kriegen wir bestimmt... Weil umso teurer die Attraktion, desto mehr Geld verdienen wir dabei. Äh, wo ist das denn, Leute? Wo ist das hier gebaut worden? Hier, ich glaub, hier hinten wurde was Neues gebaut. Hinten wurde was Neues gebaut, Leute. Speedtrank rein. Speedtrank rein. Keine Zeit verlieren. Was ist das? Wie viel kriegen wir hier? Oh, 10 Gold. Wooo. Shoot Targets. Ey, können wir irgendwelche Sachen abschießen? Shoot the Targets. Aber sie sind doch gar keine Targets, oder? Keine Ahnung. Aber wir kriegen 10 Gold dafür. Weil ich fast sagen muss, das andere Aquarium für 10 Gold lohnt sich da mehr. Wir brauchen jetzt als nächstes 400 Dollar für die nächste Attraktion. Oha, wie schnell das jetzt geht. Guck mal, wir haben 450 und Alpha Stein nur 260. Okay, jetzt läuft es richtig gut bei uns. Wir hängen den hier voll ab. Zack, direkt nächstes hier. Surf's ab, Surf's ab. Nächste Attraktion. Nächste Attraktion hier gekauft. Au, ey, nein. Bienen greifen wieder an. Ey, Mann, 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 Mann. Nerv jetzt nicht meine Besucher hier. Nerv jetzt hier nicht meine Besucher. Wir müssen das Ding hier vor Alpha Stein durchspielen. Okay. Zack, 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 zack. Wieder schön was essen. Surf's ab. Wo ist diese nächste Attraktion gebaut worden? Da kriegen wir bestimmt richtig gut Geld dafür. Surf's ab. Ich glaube, hier hinten ist nämlich was gebaut worden. Oh ja, das ist neu. Das ist eine neue Attraktion hier. 10 Gold, aber auch nur 10 Gold. Oh, guck mal, Wellenbad. Ey, wir haben einfach ein Wellenbad jetzt gebaut. Wie cool ist das denn? Okay, okay, sehr gut. Hier sind aber wieder Bienen, die angreifen. Und weg mit dir, Biene. Ich glaube, wir gehen mal wieder kurz ein bisschen Alpha Stein sabotieren, Freunde. Der macht mir nämlich hier gerade ein bisschen zu viel Geld. Der hat nämlich jetzt 500 Dollar hier wieder. Wir müssen hier mal ein paar Kunden wegnehmen. Wir holen uns noch mal schnell ein paar Speedtränke und ein bisschen Essen. Damit wir Alpha Stein natürlich auch schön wegkloppen können. Zack, 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 zack. Okay, let's go. Ey, schon wieder eine Biene. Ey, die werden auch immer mehr hier, die Bienen. Ich wünschte, wir hätten mal eine stärkere Waffe. Okay, wir werden jetzt mal wieder ein paar Kunden von Alpha Stein klauen, Freunde. Guck mal, der benutzt hier... Leute, da sieht man einfach, was er für ein Noob ist. Er benutzt hier die Anfangsattraktionen, die nur 5 Gold geben. So, warte mal. Wir klauen ihm jetzt mal wieder ein paar Kunden, Leute. Jetzt, 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 jetzt. Ha, ich hab dir wieder Kunden geklaut. Warum? Was ist das? Ey, raus aus meinem Wasserpark, Junge. Die kleine Fertig machen deine Kundin. Geht nicht hierhin, bei mir ist besser. Nein, ich hab den besten Wasserpark. Ich hab schon mehr Upgrade als du, oder? Nein, stimmt nicht. Ich bin weiter vorne. Stimmt nicht. Los, komm zu mir, bitte, Leute. Okay, okay. Dann klau ich dir auch welche jetzt. Geh lieber nicht zu dir rüber. Was ist denn jetzt? Die Leine jetzt, Junge. Warte mal, bei welchem bist du? Ich bin jetzt hier bei Downpower und du bist, du bist auch bei Downpower. Oha. Ja, was wirst du jetzt kaufen? Oh nein. Er hat das schon, er hat das jetzt schon. Oh, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Du kannst doch auch kaufen, du hast 900. Ach so, warte, ich dachte, du hättest 900. Oh lol, ey, ich bin lost, ich bin lost. Ich hatte das Geld ja die ganze Zeit. Okay, weiter, weiter, weiter. Ich muss weitermachen, tschüss. So, okay, okay, Leute. Wir haben jetzt hier nochmal eine neue Attraktion gekauft. Warte mal, 500. Ich kann direkt nochmal eine neue Attraktion kaufen. Nee, 600, 600. Wir brauchen schnell 600, Leute. Schnell 600 Dollar. Ist aber ganz schnell hier, Freunde. Okay, wir haben's Geld, wir haben's Geld. Das heißt, wir sind eine Attraktion vor Alphastein. Boah, ey, Leute, wir sind ja richtig weit vorne. Der kommt ja gar nicht hinterher. Oh mein Gott, wir haben zwei krasse neue Attraktionen für 500. Ich glaube, da kriegen wir jetzt auch echt gutes Geld, wenn wir die fahren. Boah, Leute, guck mal, was wir hier gebaut haben jetzt. Oh mein Gott. Okay, wir müssen jetzt einmal beide neue Attraktionen fahren. So, was haben wir hier Schönes? 15 Gold kriegen wir nämlich hier. 15 Gold. Wow. Wui. Boah, und wie schnell das geht. Wie schnell wir hier 15 Gold uns dazu verdienen können. Guck mal, einmal hoch und wui. Zack, wieder 15 Gold. Boah, das schmeckt, Leute, das schmeckt. Hier können wir richtig gut Geld verdienen. Hier können wir richtig gut Geld verdienen. Und zack, wieder 15 Gold. Ich glaube, Alphastein checkt echt nicht, dass die Attraktionen immer mehr Geld geben. Weil er am Anfang hier noch seine Noob-Attraktion nutzt. Was haben wir hier? Da kriegen wir auch 15 Gold. Oh, wow. Alter, wie cool ist das denn? Das ist so eine Trichterrutsche. Woo. Okay, wir haben jetzt schon wieder fast 500 Dollar. Ich glaube, wir können uns nämlich jetzt gleich schon wieder hier die nächste Attraktion holen. Komm, einmal fahren wir die noch. Einmal fahren wir die noch. Und... Wow, let's go. Okay, okay, wir gehen jetzt auf. Alter, wir haben jetzt schon wieder 650 Dollar. Also, Alphastein wird das Ding hier auf gar keinen Fall gewinnen. Niemals, Leute. Niemals. Niemals wird er das Ding gewinnen. So, hier Speedboost. Ja, schön. Geht alles zur teuren Attraktion. Ja, geht alles schön zur teuren Attraktion. Sehr gut macht ihr das. Sehr gut macht ihr das. Hier direkt ein paar neue Kunden. Was kostet hier das nächste, Leute? 700. Zack, haben wir doch schon wieder das Geld. Guck mal, der kommt ja gar nicht hinterher. Oh mein Gott. Alphastein kommt ja gar nicht hinterher. Und dann brauchen wir als nächstes 800. Okay, wir gucken uns mal wieder die nächste Attraktion an. Wow, das ist dieses Riesenteil hier hinten. Das ist das Riesenteil hier hinten, Leute. Oh mein Gott, da kriegen wir bestimmt 20 Dollar. Da kriegen wir jetzt hier bestimmt 20 Dollar fürs Rutschen. Oh mein Gott, Leute. Brauchen wir nicht hier so langsam? Ich hab doch einen Speedpotion, oder nicht? So, was haben wir hier schönes? Örn 20 Gold. Wow. Alter. Oh mein Gott, das ist ja hier schon eine richtig krasse Attraktion. Und... Aber braucht natürlich auch lang, ne? Also wenn man jetzt rein vom Zeitfaktor hier sieht, sage ich euch ehrlich, ist, glaube ich, hier das am... Oh, guck mal, hier schon wieder Bienen. Weg mit den Bienen. Ihr seid hier nicht willkommen in meinem Park, Junge. Lasst meine Besucher in Ruhe. Ich glaube, rein vom Ding her ist das am krassesten. Weil schau mal, wie schnell man hier unten ist. Zack, 15 Dollar wieder. Also wenn man rein das Zeitinvest zieht, lohnt sich das schon am meisten, ne? So, hier wieder ein paar Bienen weg, Mann. Wir brauchen 800 Dollar. Ja, wir haben 800 Dollar. Oh mein Gott, wir haben das nächste Geld. Wir haben das nächste Geld schon wieder für die nächste. Also wir sind gleich durch, ne? Wir sind hier gleich fertig. Alphastein ist ja voll schlecht. Bro, Alphastein, du bist ja voll schlecht. Ich bin ja... Du hast mich so krass aufgeholt. Ich bin ja viel weiter als du. Ich bin ja geil. Gib deine Kunden hin. Ey. Junge, lass meine Kunden in Ruhe. Okay, okay. Nein, Mann. Gut, wenn du so machst, geh ich... Das ist zu viel Geld. Das geht überhaupt nicht. Gut, dann hol ich mir auch deine Kunden jetzt. Gut. Nein, Mann. Ich muss dich wieder aufholen, Max. Bitte. Boah, was ist das für eine Wasserrutsche? Boah, ich hab hier schon richtig krasse Attraktionen. Bei dir läuft ja gar nicht, Alphastein. Wie hast du... Du schummelt. Nein, Bro. Ich bin einfach... Ich bin einfach krasser in Minecraft als du. Bro, ich bin zwei Attraktionen vor dir. Wie? Ey, ich bin zwei Attraktionen vor dir. Das gibt keinen Sinn. Doch, klar macht das Sinn. So. Du cheatser, Max. Boah, guck mal, jetzt hier schon wieder 700 Dollar. Ah, du sollst viel mir sagen, noch da ist noch irgendeine Axt oder irgendwas. Ey. Ich mach auch, du magst dich ja gerne legen. Ey. Ich war das nicht. Raus jetzt aus beim Wasserpark, Junge. Okay, ich brauch... Ich hab geupgraded. Bei 700... Oh, verzerrt man. Ja, ist klar, ist klar, Junge. Klar holst du mich noch auf. Oh, meine Attraktionen, die geben so gutes Geld. Du kannst mich gar nicht mehr aufholen. So, ich kauf nämlich... Ich bin jetzt bei der letzten Attraktion. So, zack. Und weil das krass ist, Alphastein, warte mal, hast du das überhaupt gecheckt, dass die teureren Attraktionen mehr Geld bringen, wenn du die fährst? Ja, hab ich gemacht. Oh, mein Gott. Bro, die 900-Dollar-Attraktion, die gibt einfach 50 Dollar, wenn man die einmal fährt. Ey, mach das nicht. Okay, das war's, Alphastein, das war's. Blöde Merch. Aber okay, man muss auch dazu sagen, die dauert auch ein bisschen lang hier. Ich wollte es nicht gewinnen. Ey, greifst du meine... Greifst du meine Dinge an? Meine Leute an? Ich glaub, Alphastein sabotiert hier. Ich hab einmal einen Plan. Was soll denn dein Plan sein, außer meine Besucher zu sabotieren? Gut, lohnt sich doch nicht so krass. Also, man ist relativ lang hier in der Bahn drin. So, zack. Bro, ich hab 1000 Dollar. Ich kann jetzt fertig kaufen, Alphastein. Kannst du nicht, Max, weil ich dich aufhalten werde. Okay. Kommst du nicht vorbei. So, zack. Einmal durchgefahren. Oh, mein Gott, ich hab 1400 Dollar. Bro, Alphastein, ich bin zu reich. Du musst aufgeben. Ich bin zu reich für dich. Du kommst nicht an das Schild. Ich werd's abbauen. So, zack. Ey, hör weg. Max, du kommst nicht. Ey, hör auf zu sabotieren jetzt. Du kommst es nicht, Max. Du wartest noch ein paar Sekunden hin. Nein. Ey. Mach, Max. Du wirst da nicht hingehen. Max, du wirst da nicht hingehen. Hab's gekauft. Bitte. Nein. Du hast das Schild noch nicht gekauft. Und ich hab jetzt immer noch mehr Geld als du, Alphastein. Du bist ja voll der Noob, Junge. Du hast das Schild noch nicht gekauft. Ich hab das Schild und du nicht. Ich hab gewonnen. Bro, ich hab das auch im Inventar. Und dir fehlt dir. Ich hab alles gekauft, du nicht. Dir fehlt dir nämlich noch was. Bro, guck mal. Ich hab alles gekauft und hab 1400 Dollar. Du hast gerade mal 200 Dollar. Du bist ja voll der Noob. Du hast mal die 1000 Euro Rutsche rutschen. Komm, komm mit. Komm mit. Wir gehen die 1000 Dollar rutschen. Nein. Ich mach mir da meine eigene. Okay. Wir sagen, der, der zuerst die 1000 Dollar Rutsche rutscht, hat gewonnen. Das kannst du zuerst. Wissen Sie. Oh mein Gott. Wir rutschen jetzt hier. Alter, die ist übergroß. Wir rutschen jetzt mal. Wie viel Geld kriegt man da überhaupt fürs Fahren, Leute? Wow. Ride to win. Ach man, gewinnt ja wirklich. Wow. Wow. Leute, wir rutschen die Rutsche. Die hat Feuerberg eingebaut. Wissen Sie. Wow. Das ist die finale Rutsche, Leute. Wow. Let's go. Das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool, Max. Kann ich sein? Ich hab jetzt auch gerade... Bam, ich hab gewonnen. Guck mal, wie viel Geld ich hab. Ich hab eine Million. Nein. Ich hab zu viel. Ey, hast du auch das OP-Schwert bekommen? Nein, ich hab gar nichts. Alter, du bist ein Loser. Wie viel... Oh mein Gott. Okay. Sharpness 5. Sharpness 5. Let's go. Nein. Das... Bro, du bist nicht... Ah. Was? Bro, das ist hinten die Lila. Du Noob, Alter. Guck mal, ich hab mal nicht gewonnen, aber hab ich hier das OP-Schwert bekommen. Wo ist die Lilane? Ein Lass mich in Röbenbach. Du hast doch gar nichts gewonnen. Klar, Bro. Ich hab schon gewonnen. Ich hab 100 Millionen Dollar hier. Wenn ich hier meine Wasserrutschen rutschen, ich hab die den Zuschauern noch nicht gezeigt. Ja, hier die Lilane. Ganz hinten in der Ecke. Lila in der Ecke, Bro. Der checkt ja gar nichts. Na gut, Leute. Wir haben auf jeden Fall auch immer wieder Alphastellen abgezogen. Wir haben einen 1-Millionen-Dollar-Wasserpark gebaut. Wenn ihr das Ganze gefeiert habt, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin. Haut da rein, Leute. Euer CryWix.